Ladies and Gentlemen, ich präsentiere Ihnen jetzt die McColls. At last, my love has come along. Wir kriegen ein Baby. Das ist ja so schön! Tief einatmen und wieder aus. Ihr Körper wird eine wunderbare Veränderung erfahren. Hey, siehst du den Typen? Er starrt unser Haus an. Ich hab diese seltsamen Symbole gefunden. Im frühen Christentum gab es Gruppen von Andersdenkenden, die glaubten, mit diesen Symbolen einen Antichristen aufbeschölen zu können. Was ist denn? Alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Bleib da stehen, okay? Mir geht's wirklich nicht. Oh, 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 oh! Was zum Teufel tut! Habe ich das getan? Ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Du wurdest geboren aus dem Tod. Sie erwarten dich. Sie haben auf dich gewartet. Was wollen Sie? Lassen Sie uns in Ruhe! Seht ihr das? Alles in Ordnung, man? Was macht sie da? Weg hier! Oh! Ah. Nein, Sam, wir müssen los. Was? Nein, nein, Sam. Es ist das Baby. Alles okay. Fass uns nicht an!